Meine Lieben, ja, hier bin ich nochmal und zwar ist gestern schon das Bettchen aus der Gruppe von Facebook Bastelgramm 2.0 von der lieben Cynthia angekommen. Und das möchte ich euch jetzt gerne zeigen. Ich habe es nämlich selbst noch gar nicht geöffnet. Gucken wir mal gemeinsam rein, was ich mir da Schönes gekauft habe bei der lieben Cynthia. Entschuldigung fürs Wackeln. Oh, cool. Und zwar als erstes haben wir hier die wunderschönen blauen Halbbärlen. Dann habe ich dreimal diese schönen Halbbärlen. Eine schöne Mischung aus groß und klein. Dankeschön, liebe Cynthia. Dann habe ich noch diese schönen Grünen. Auch eine kleine Mischung aus größeren und kleineren. Dann habe ich mir diese wunderschöne Farbe genommen. Dann noch diese hier. Schönes Blau. Und ein schönes Grün. Vieles ist es diesmal nicht. Aber dafür genau das, was ich noch nie hatte. Dann habe ich noch diese schönen in Perlmuth. Dann diese schönen Grünen. Als kleines Guti hat sie mir so ein kleines Haribochen mit reingelegt. Danke dir, liebe Cynthia. Und dann habe ich mir noch diese schönen Glitzersteinchen. Die habe ich nämlich noch überhaupt nicht. Und die hatte Cynthia in ihrer Gruppe. Und da musste ich sofort zuschlagen. Zweimal diese schöne Blau. Da ist noch eins. Das waren drei Bögen. Dann haben wir einmal diese schönen hier. Und dann habe ich sie noch zweimal in Violett. Wunderschön. Die Gruppe von Cynthia werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Die hat nämlich gerade ein Sommersail. Schaut mal rein. Da gibt es immer wieder mega tolle Sachen dort. So meine Lieben. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.